Was soll ich sagen? Frisch geduscht, Haare noch nass. Zum Gebunden. Heute mal von oben. Äh, was anderes. Osterwetter. Erstmal an frohen Oster. Wetter ist prima. Ich trinke jetzt hier meinen zweiten, dritten Kaffee. Ich muss erstmal duschen gehen, bisschen frisch machen, da ist alles noch nass. Macht aber nichts. Vielleicht krieg ich später noch Besuch. Mal gucken, in den Film gucken oder so. Und ich hab vergessen Schnapp zu kaufen. Ich war einkaufen, ich hab vergessen Schnapp zu kaufen. Das ist Wochenende für Ostern. Ist nicht so schlimm. Ich trinke mal Kaffee oder mal Eistee, hab ich zu Hause. Und, äh, Wetter ist gut. Und, ja, gestern hab ich auch schon. Heute Abend vielleicht Nudelauflauf oder Kartoffelauflauf. Und dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Ostern. Da haben wir oben da lassen. Ich wünsche euch was.